Bevor es mit den Outtakes vom letzten Video losgeht, möchte ich euch bitten, dass ihr bitte noch ein paar Fragen für Fragschnäbe hier in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns, wenn es das Video halt gibt. Also viel Spaß mit dem Video. Hallo? Hallo? Ich arbeite nie wieder mit Profis. Heute noch gute Leute zu finden, ist halt schwer. Gut, dass du mich gefunden hast. Mama, bin ich im Fernsehen? Das kommt sowas von rein, echt klar. Ich grüße Ursula und Ingrid. Komm, jetzt sei ruhig. Es gibt noch eine... Fuck. Es gibt noch eine Fuck. Ohne Scheiße, es ist jedes Mal so, dass egal wo du bist, du hast die Kamera an, jeder fährt so vorbei. Meistens auch zu Machbaren. Keine Ahnung warum. Falls ihr jetzt allerdings... Ach du Scheiße, ich liebe es, jo lange Sätze zu formulieren, ne? Aber das geht gar nicht. Okay. Artikel 13 muss aufgehalten werden. Schlimmer als, dass die Medien nicht über Artikel 13 ausgestrahlt haben, was ich auch stark kritisieren muss, weil das absolut nicht geht, ist, dass die Politiker nicht an das sich... Äh, an sich... Es gibt cool... Also es gibt natürlich... Und da... Ich... Also... ... sich an das halten, für was sie stehen. Formulier... Formulier ist wie du denkst. Wie es gerade so in deinem Kopf herumschritt. Ja. Oho, erster Versuch. Leck mich am Arsch. Ach Scheiße, ich habe den Satz vergessen. Das mit der Sonne ist echt schlimm. Europaweit wurden am 23. März... Aber wie ihr am Anfang sagt, es ist noch nichts alles bundesweit... Scheiße. Scheiße. Fuck. Scheiße, ich... Oh, fuck. Äh, äh, äh. Ja. Hi. Los geht noch eine kleine Anmerkung. Ich habe euch in einem Video, wie es an einem Filmset aussieht, gezeigt. Nicht gezeigt, gesagt. Ich habe mit euch einfach mal in den letzten Videos einfach... ...gezeigt, gesagt, dass ich an der Produktion der Saarländischen Serie und Atan beteiligt war. Bevor das Video losgeht, noch eine kleine Anmerkung. Ich habe euch in einem der letzten Videos gezeigt... Fuck. Ach, Mann. Ich will gesagt sagen. Video, wie es an einem Filmset aussieht. Ach, Mann, Luca. Und gesagt. Dass ich an dem Produkt... Dass ich bei der... ... 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 wir sind klingeln er sprintet los hat aber ich will nur mal anmerken ja der spack oder ist der grund weshalb ich mich aufregen haben sie dazu irgendwas zu sagen kernbehindert ich sag's doch ja du bist auch scheiße